Der Vortragende ist Norbert Schepers, er ist Politikwissenschaftler, arbeitet unter anderem für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und will euch über Drohnenkrieg etwas erzählen, ein Phänomen, das die Weiterschreibung des Kriegs gegen den Terror ist, soweit ich das bisher verstanden habe. Viel Spaß. Ja, herzlichen Dank, bin ich gut zu hören. Okay, guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass doch trotz Julian Assange so viele den Weg hierher gefunden haben. Mein Thema ist eine Einführung in das Phänomen der Drohnenkriege. Das ist die Konzeption gewesen zu sagen, es gibt eine Kriegsführung, die etabliert ist mittlerweile als eine eigene Form von Kriegsführung und ich möchte erläutern, was das überhaupt ist, ein paar begriffliche Klarheiten vielleicht schaffen und klar machen, warum gibt es das? Das politisch einordnen und das ist eben, wie richtig gesagt wurde, einleiten, der Krieg gegen den Terror, der seit 9-11 geführt wird. Ich weiß, dass es natürlich auch vorher und nachher und jenseits dieser offiziellen Antiterrorkriegsführung auch Waffeneinsätze gibt mit politischer Ermordung etc. Ich versuche einfach nur mal klarzumachen, es gibt ein bestimmtes Phänomen, was ein Trend ist und der Trend führt zum neuen Wettrüsten mit Richtung autonomer und teilautonomer Waffen. Genau, also erstmal für mich persönlich ist es ein bisschen unklar, wie viel technisches Wissen hier da ist, wie viel politisches Wissen. Ich versuche das einfach durchzuziehen, wenn es ganz nebenher ist, kann man auch intervenieren. And it's possible to do interventions in English, but we do the talk in German. Okay, Drohnen. Drohnen ist das Schlagwort für unbemannte Flugkörper, die ferngesteuert sind. Das sind keine Roboter, die eben eine eigene, teilweise autonome Intelligenz haben oder quasi Intelligenz, die eben selbst Handlungen durchführen können, sondern die Drohnen, die eben besonders bei der Kriegsführung im Kampf gegen den Terror bekannt geworden sind, sind eben wirklich Dinger, die weitestgehend wirklich jede Bewegung durch einen Piloten, der ferngesteuert, zum Teil halb um den Globus rum, wo diese Handlungen eben von den Piloten ausgelöst werden und das ist eben der Unterschied zu dem, wo man auch drüber redet und was in der Entwicklung ist, dass man zukünftige Waffensysteme hat, die wirklich Roboter sind, die eben teilweise autonom einzelne Handlungen durchführen können, bis hin eben zu Tötungen, die dann von dem System entschieden werden. Die Unterscheidung ist wichtig, weil eben oft gesagt wird, Töten per Joystick, das meint eben genau, dass da Leute sitzen, die nicht mehr in Kampfgebieten sind. Es ist aber eben noch nicht das, worüber auch eben geredet und was eben der Trend der Zukunft ist, um den es mir auch geht. Es sind noch nicht die Roboter, die jetzt in der Entwicklung sind. Das sind jetzt wirklich ferngesteuerte Geschichten, die da fliegen. Ich beginne mal gern mit diesem Bild, vielleicht kennen das auch einige schon, das ist das häufigste Bild, wenn man Drohne auf Englisch googelt und das ist gar kein Bild, was wirklich so gemacht wurde, das ist eine Photoshop-Montage, weil den Drohnenkrieg, den gibt es in der Form seit 2002, da wurde zum ersten Mal eine Hinrichtungsaktion mit genau so einer Drohne wie hier, mit so einer Hellfeuerradkette dran, durchgeführt im Jemen. Es war völlig verdeckt, es wurde behauptet, dass das jemenitische Militär das war und das ist charakteristisch für den größten Teil der Zeit, wo es diese Art von Kriegsführung gibt, und dass man darüber nicht redet, dass wenn lokale Quellen das aufdecken, und das war in Jemen der Fall, dass lokale Journalisten die Teile gefunden haben und sagen, das ist gar nicht jemenitisches Militär gewesen, dass das überhaupt weder noch dementiert noch kommentiert wurde von dem US-Militär, was eben Englisch mit den offiziellen Sicherheitskräften zusammenarbeitet. So haben wir mehrere Jahre einen Schattenkrieg und erst in den letzten drei Jahren ist überhaupt diese Frage des Drohnenkrieges ins Licht der Öffentlichkeit geraten und der Auslöser ist tatsächlich zum einen die Tötung eines US-Bürgers im Jemen, Anwal Avlaki, und zum anderen der US-Wahlkampf, in dem das dann offensiv ab einem bestimmten Punkt auch von Präsident Obama thematisiert wurde. Dass man das macht, aber immer unter dem, was dann auch im Laufe dieses Jahres im Mai gesagt wurde, bei einer großen sicherheitspolitischen Rede, man hat da eine Kriegsführung, die man unter strenger Aufsicht stellt, die sehr präzise ist, und dass man die eben auch nicht extensiv einsetzt, sondern man genau gucken würde. Da komme ich nochmal drauf zurück, aber Sie ahnen schon, oder ihr ahnt schon, dass das eben nicht so glorreich ist, wie das generell gesehen wird. Drohnen selbst sind Waffensysteme, das sind keine Waffen selbst, sondern die schießen eben Raketen ab, und ich zeige gleich ein paar von den aktuellen Flugkörpern, aber das hier, was wir eben gesehen haben, das ist eben das Häufigste. Genau, ich werde auch noch eingehen auf die Realität der Drohnenschläge, eben dass es eben keine chirurgische Kriegsführung ist, können wir ganz einfach zeigen, und die beiden Einordnungen, die ich eingangs sagte, die Drohnen im globalen Krieg gegen den Terror und der Beginn des Wettrüstens für den Krieg mit den Robotern. Das sind so die drei Komplexe, die ich heute Abend versuche unterzubringen. Genau, also nochmal die Merkmale, unbemannt, ferngesteuert. Ich zeige gleich ein kurzes Video, wo man das auch sehen kann, wie das funktioniert. Das sind im Prinzip Container, die kann man im Kriegsgebiet aufstellen, aber die eigentlichen großen Drohnenkontrollzentren, die sind auf dem Gebiet der USA, Großbritannien, und wir jetzt in den letzten Wochen festgestellt haben durch diverse Leaks, auch auf dem Boden von Deutschland, möglicherweise auch Italien. Genau, eine Vorgeschichte zu den Drohnen, als es jetzt Hardware ist, wenn man sich das anguckt, das sind ein paar aktuelle Modelle, die sind in den 70er Jahren im Vietnamkrieg als Aufklärungsflieger eingesetzt worden, mit einem relativen Erfolg, man hat sie zum Teil dann auch zu Testzwecken verwendet, aber den wirklichen Durchbruch hatte die Drohnentechnologie als unbemannte Flugkörper tatsächlich in den 90ern als Aufklärungsgerät, und zwar im Nahen Osten, durch die israelische Militär- und Streitkräfte und auf der anderen Seite eben durch die NATO, speziell Großbritannien, USA. Und die Idee der Bewaffnung, die kam im Laufe der 90er auf, also diese Aufklärungsdrohnen mit eben Raketen zu bestücken, ist tatsächlich dann ab 2001 erst erfolgt. Krude Vorläufer, jetzt, dass man unbemannte Flugkörper hat, die ferngesteuert sind, manche mit Draht, das gibt es schon seit dem Ersten Weltkrieg, aber dass wir sagen, wir haben massenhaften Einsatz von solchen Dingern, die dafür gebaut werden, sowohl eben Aufklärung zu betreiben, als auch Kampfeinsatz, und die unbemannt sind, das ist eben ein neueres Phänomen. So, wir sehen hier ein paar aktuelle Typen. Den Predator, das ist das ursprüngliche häufigste Modell, und das ist auch das, was zum ersten Mal eingesetzt wurde. Der Mensch, der das vorgeschlagen hat, die Dinger zu bewaffnen, also zumindest von dem, was man weiß, vielleicht gibt es die Idee auch schon länger, aber der hieß Cofer Black, der war der Chef der Einheit im US-Militär- oder im Geheimdienst, die den Laden gejagt haben, vor 9-11, und tragischerweise hat er eben genau das Modell gehabt, weil man den so schlecht bekommt in entlegenen Gegenden, dass man so eine Drohne mit einer Hellfire-Rakete ausrüstet und ihn jagt. Da werde ich nochmal drauf eingehen gleich, aber das ist genau ein Punkt gewesen, wo man vor solchen Einsätzen noch zurückgestreckt hat in den 90er Jahren, und was dann eben mit dieser Zäsur 9-11 sich geändert hat, wo es einen Willen gab, genau solche Tötungsoperationen durchzuführen, im größeren Maße als bisher. Ich zeige ein kurzes Video vom Hersteller, von Northrop Gunman. Jetzt war ich zu schnell, Entschuldigung, da. Kurzer Eindruck reicht, geht darum, das sind Propellerflugzeuge. Das sind noch keine Düsenjäger, das ist nicht besonders Advanced Technology in dem Sinne, wir haben da Science-Fiction-Modelle rumfliegen. Das ist natürlich fortgeschrechnete Technologie von allem, was da drin ist. Also das ist das Beste, was es an Überwachungstechnik gibt. Und wir sehen die Kuppel unterhalb der Reaper-Drohne. Da ist ein Kamerasystem drin, was eben relativ hochauflösend ist, verschiedene Kameras. Und dafür haben die so Gorgon Stair als so einen Markennamen geprägt. Man hat damit eben so eine Weitwinkelperspektive und kann sehr genau drunter gucken. Die fliegen halt nicht so besonders hoch in den Einsatzgebieten und filmen und filmen und filmen. Die Kombination ist jetzt, seitdem sie bewaffnet sind, ist wirklich, die fliegen auch Erkundungseinsätze in bestimmten Gegenden, die sozusagen Hotspots des Terrors sind, wie bestimmte Regionen in Jemen, Somalia. Und wir haben dann zum Teil eben Einsätze, die dann aus dieser Überwachungssituation heraus erfolgen. Das ist irgendwie auch eine besondere Lage für die Ziviliervölkerung. Da, wo die eben in großer Menge Patrouillenflüge machen und Überwachung. Das ist eben auch Pakistan bekannt geworden, also Nordpakistan, Waziristan. Es gibt so eine Stammeszone, die eben auch vom Westen abgeschirmt ist und vom Rest des Landes. Rückzugsgebiet der Taliban. Da fliegen die täglich rum über vielen Städten. Und dann hört man eben genau immer das Sirren dieser Propeller und irgendwann wird geschossen. Das ist also wirklich auch eine Form von Kriegsführung, die dann auch ohne, dass geschossen wird, schon ein Terror für die Zivilvölkerung darstellt. Wir haben noch so ein Herstellervideo. Und die sind eben auch gut zu hören, wenn die dann über der Stadt kreisen. Das ist die Reaper, wie gesagt. Das ist die Weiterentwicklung der Predator-Drohne. Die Namen sind eben auch schon angsteinjagend, wie Waffenhersteller das manchmal gerne machen. Reaper heißt, das ist der Sensenmann. Und das hat er sozusagen hier realisiert mit vier Hellfire-Raketen. Kurz erklärt, Hellfire-Raketen, die sind ursprünglich entwickelt worden, um zum Beispiel von Hubschraubern auf Bodenziele zu schießen, und zwar, die wirklich Panzer vernichten sollen. Damit wird dann auf zivile Ziele geschossen, auf Terrorverdächtige. Das ist das, was die Drohnenschläge ausmacht. Damit wird auf Menschen geschossen, die eben nicht in Kampfsituationen sich befinden, sondern meinetwegen in irgendeinem Konvoi mit irgendwelchen Trucks übers Land fahren. Oder es wird eben auf Menschen geschossen, wo man sagt, den haben wir lange genug hinterher spioniert. Der ist irgendwie Nummer 22, der Operatives von Al-Qaida im Jemen, und den wollen wir weg haben. Das sind die beiden großen Einsatzgebiete. Das hier hatten wir schon. Das hier macht nochmal deutlich, das ist auch Herstellerpropaganda, die macht nochmal deutlich, wie das funktioniert. Das hier ist auch Herstellerpropaganda. Um das nochmal klarzumachen, ich bin kein Apologet irgendeiner Drohnenkriegsführung, und dann kann man sich mal fragen, warum zeigt man diese Bilder. Das ist genau das Image, was in den USA zum Beispiel für einen relativen Erfolg dieser Kriegsführung gesorgt hat, bis zuletzt, wo eben auch mehr kritische Stimmen laut geworden sind, eigentlich sogar noch früher als in Europa. Das Bild, was vermittelt ist, wir haben hier eine hochtechnologische Waffe, wir brauchen keine Leute mehr auf den Boden zu bringen, wir können präzise das einpeilen, man hat eben diese Lenkwaffenbilder auch vorher schon, zehn Jahre vorher im Irakkrieg Nummer eins gehabt, wo ein Bild vermittelt wurde, wir haben hier ganz gute Waffensysteme, und die menschlichen Schäden sind minimiert. Bei der Drohnenkriegsführung ist es eben so, dass das Hauptargument, warum das gut reinläuft, ist, es werden keine eigenen Leben mehr in Gefahr gesetzt. Die Operateure, die können entweder in solchen Containern, wie hier gezeigt wurde, sitzen, in der Nähe des Kriegsgebietes. Es gibt so Fotodokumentationen, wo man sieht, dass die auf afghanischen Flughafen in Kabul sitzen, und die Drohnen können irgendwo starten. Das kann das gleiche Flugfeld sein, das kann aber eben um die halbe Welt herum sein. Der Hauptteil des Kriegs gegen den Terror, der mit den Drohnen geführt wird, wird eben so geführt, dass meinetwegen von Djibouto gibt es einen Flughafen für die Drohnen, die da starten und dann eben in die umliegenden Regionen, wo der Krieg geführt wird, hinfliegen. Und der Drohneneinsatz eben, wie vorhin schon erwähnt, dann von den USA auch her gelenkt wird. Das heißt, die Frage, das Steuern dieser Flugzeuge und die konkrete Wartung, oder überhaupt nur diese Flugzeuge zu sehen, ist völlig voneinander getrennt. Die launchen auf diese Flugfelder, dann sehen das normalerweise nicht. Und man hat dann da auch eine Diskussion gehabt, wo die Leute sagten, das macht den Krieg leichter. Wir haben da Flieger, die sitzen zu Hause, die gehen gar nicht mehr ins Kriegsgebiet, die haben einen Schichtbetrieb, die gehen danach nach Hause und haben Familienleben. Da gibt es eine Befürchtung, die sagt, das macht das sehr leichtes Töten, weil das eben Fernbedienung ist, das ist weit weg. Und das hat sich aber eben als falsch herausgestellt. Also natürlich gibt es Effekte, das einfacher macht, wenn ich nicht im Kriegsgebiet bin, eine Entfernung zu haben, auch von den Opfern, gefühlsmäßig. Was aber der Fakt ist, ich habe ja gesagt, da wird auch Überwachung mit ausgeübt mit diesen Drohnen, dass die Leute, die das machen, die Piloten mit zum Teil langen Schichten, die gucken tagelang ihren zukünftigen Opfern zu, bevor die diese Drohnenschläge machen und die haben massenhaft Stresstraumata, die Flieger. Also es ist auch da an der Stelle, bevor wir uns gleich noch den Opfern zuwenden, nicht so sauber und so einfach und geschmiert diese Kriegsmaschine, die damit errichtet wird. Ich zeige noch kurz ein paar andere Drohnenmodelle, der Global Hawk, da kann ich gleich noch mal zum Schluss reingehen, das ist das zentrale Projekt gewesen, wo dieses Jahr darüber geredet wurde. Warum das gescheitert ist, klang erst mal vielleicht für die Frage, was haben wir da für eine Form von Kriegsführung nicht so interessant. Das ist erst mal ein Beschaffungsskandal gewesen. Was daran interessant ist, aber es ist ja im Laufe der Ermittlungen, zum Beispiel eben auch durch Anfragen der Linksfraktion im Bundestag rausgekommen, dass die das zum Zeitpunkt auch wussten, wo sie trotzdem noch investiert haben und weiterentwickelt haben. Da ging es eben darum, dass man die Hardware, den eigentlichen Flieger als Lizenz kauft, das Überwachungssystem aber selbst entwickeln lässt durch EADS, ISIS heißt das. Und das Überwachungssystem ist der zentrale Wert der Beschaffung gewesen, warum den Rüstungsplanern das richtig war. Und das Ding wird eben jetzt in eine andere Drohne eingebaut werden. Deswegen wurde es offensichtlich auch weiter betrieben zum Zeitpunkt, als es klar war, das ist in der Form nicht anwendbar für den europäischen Luftraum, das ist versenktes Geld. Aber man kann es nur so interpretieren, dass es darum ging, diese eigene Spionagesysteme da zu entwickeln. Dass das ein zentraler Wunsch war. Die Bundeswehr setzt diese Heron Drohnen ein, die sind eben aus Israel gekauft oder geleased. Die werden aber nur unbewaffnet hier verwendet, weil die Hersteller, sowohl israelische wie auch die US-Hersteller, in der Regel die eben die Lizenzen unbewaffnet, also lieber verkaufen und nur nach langwierigen Verhandlungen auch bewaffnete Modelle rausrücken. Und um das mal zu zeigen, es gibt hier auch einen Helikopter, der hat eine Rakete, ist aber eigentlich eben auch ein Überwachungsgerät. Hier haben wir nochmal einen kleinen Überblick über verschiedene Modelle. Das ist ein Drone Survival Guide, das kann man sich googeln, das ist irgendwie ein ganz nettes Gimmick. Hier sieht man einfach mal die Größenunterschiede. Wir haben in der oberen Reihe, das sind die Prototypen für die nächste Generation von Dromen, die zum Teil auch teilweise autonom relativ weitgehend bestimmte Flugmanöver durchführen können. Und der ganz links außen oben, das ist die X-47B, das ist ein Testflugzeug, zum Beispiel der Navy. Das kann alleine auf Flugzeugträger standen und landen, da gibt es auch schon Videos, die man sich dazu angucken kann. Das ist nochmal eine andere Klasse von Flugzeugen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was jetzt vielleicht hier interessant ist, das mit der großen Flügelspannweise direkt darunter, das ist der Global Hawk und in der dritten Reihe, da ist der Predator, jetzt von Global Hawk nochmal schräg runter. Und dann gibt es auch noch Drohnen, die können im Rucksack transportiert werden. Unten haben wir zum größten Vergleich einen Bau mit dem Mensch und daneben sind diese kleinen Drohnen, die zum Teil, die haben auch Quadcopter beim Militär für Aufklärungsflüge, aber es gibt auch so kleine Killer-Drohnen, also die eben quasi wie eine Fernlenkwaffe sich dann in die Luft sprengen mit dem Ziel. Da haben wir ein bisschen Eindruck, also ich will das auch gar nicht zu sehr ausweizen, ich glaube hier im Publikum sind es wahrscheinlich genügend Leute, die da auch ein bisschen sich damit beschäftigt haben. Wir haben eine ziemliche Brandbreite von Drohnen, die sind einfach im Gebrauch. Es explodiert in den letzten zehn Jahren, diese Technologie auch einzusetzen und das ist eben auch der Grund, warum ich sage, das hat sich jetzt eigene Kriegsführung etabliert. Ich will noch zur Einführung, um die abzuschließen, ein paar einzelne Aspekte noch erwähnen. Tatsächlich ist diese ganze Drohnen-Geschichte, diese Überwachungsflüge kombiniert mit den Tötungsaktionen, das ist ein Big-Deader-Ding, weil wir haben einen Videostream praktisch permanent aus diesem Kamerasystem, die hochauflösende Bilder liefern, Death-TV zum Teil auch genannt. Es gab auch eben Fälle, dass da Leute diesen Stream anzapfen konnten, weil er in der Regel unverschlüsselt gesandt wird, damit das überhaupt machbar ist, das Ding den Truppen am Boden direkt zur Verfügung zu stellen, weil da Kryptoschlüssel zu verteilen und ist dann offenbar zu kompliziert. Das Ganze klingt ein bisschen wie eine Fußnote, aber das ist ein ganz zentrales Ding, warum die Rüstungsplaner und Militärs sagen, wir wollen, dass die Computerverarbeitung, weil das wird per Satellit dann zur Bodenstation gefunkt durch einen halben Erdball und da dann eben von Auswertern und Computern sozusagen analysiert diese Bilder. Und die Leute sagen, das dauert alles viel zu lange und die Brandbreiten sind klar am Ende. Wir wollen, sagen die Militärplaner, dass die Daten, die dabei erhoben werden von den Drohnen, in den Drohnen selbst verarbeitet werden, zumindest zum großen Teil. Die können dann immer noch weitergesendet werden, weil das dann auch die Reaktionsfähigkeit erhöht und die Bandbreiten spart. Das heißt, es gibt allein aus einer ganz einfachen taktischen Lage heraus einen Trend, dass man sagt, wir wollen da eigentlich eine weitergehende Computerisierung und Robotisierung dieser Drohnen haben, damit die eben großen Teil der militärischen Intelligenzleistung selbst durchführen können. Allein aus so ganz pragmatischen, sag ich mal, taktischen Faktoren her, gibt es einen ganz harten Druck in Richtung, die Drohnen sollen intelligenter werden. Proliferation heißt die Weiterverbreitung so einer Technologie und wie gesagt, das ist schon State of the Art, aber das ist natürlich erst mal nichts, was heute nicht auch kopiert werden können. Und die Masse der Länder, man geht davon aus, dass 50 Länder Drohnenprogramme haben, bewaffnete Drohnen, die auch wirklich im Einsatz sind, sind eben deutlich weniger, weil ein ganz bestimmter Punkt, den habe ich vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt, diese Drohnen sind natürlich ein Mittel für asymmetrische Kriegsführung. Was ist asymmetrische Kriegsführung? Ich habe ein Kampfgebiet, in das ich reinfliegen kann, uncontested airspace, sagen die Militärs, und da kann ich rumfliegen. Das schießt in der Regel niemand ab, weil selbst meinetwegen, was irgendwie bewaffnete Reha-Gruppen haben an Flugabwehrsachen, die haben eine gewisse Höhengrenze. Für kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten taugt das Ding nicht, weil das haben auch, glaube ich, die Iraner mal gemacht, da haben die halt ein Kampfschädchen geschickt, das vom Himmel geputzt und fertig. Die Eskalation aus einer Sicht von Militärs ist dann eben zu sagen, okay, ich brauche schnellere Dinger, ich brauche Tarnkappendinger, wenn ich das mal gegen andere bewaffnete oder hochgerüstete Staaten einsetzen will. Und diese Prototypen, die wir da gesehen haben, die obere Reihe, das sind alles Stealth-Bomber. Das ist eben der nächste Schritt vom Wettrüsten. Ich habe Stealth-Bomber, also habe ich natürlich irgendwie von Militärseite aus als ein Land, was ich gegen solche Stealth-Bomber verteidigen will, den Bedürfnis, Roboterflieger zu haben, die diese Stealth-Bomber vom Himmel holen können. Das heißt, ich brauche dann eben auch eine Roboterisierung von Fliegern, die die abschießen können und das heißt eben in Sekundenbruchteil auch reagieren zu können. Also auch da gibt es sozusagen von der taktischen Lage her, die sich aus dem Drohnengebrauch ergibt, was noch überhaupt keine Roboter sind, aber aus militärplanerischer Sicht ein Drang zu sagen, wir wollen Roboter am Himmel haben, damit wir die Dinger vom Himmel holen können. Das ist sozusagen die Logik, die in so einer Eskalation Wettrüsten drin liegt. Gut, die europäische Rüstung, wir hatten gerade einen EU-Gipfel, die sich genau damit beschäftigt haben. Das ist aber ein bisschen wolkig. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen. Es gibt halt den Versuch, das auf dem parlamentarischen Weg auch ein bisschen mehr zu erklären, zu klären, was die Bundesregierung da eigentlich genau beabsichtigt. Die europäischen Interessen sind immer nicht gleich, aber es gibt eben eine längere Debatte, die eben auch von der, praktisch ja, der Vize-Chefin der EU, der Lady Ashton, vorangetrieben wurde. Das ist eben die Hohe Kommissarin für Sicherheit und Militär und die auch diesen diplomatischen Dienst aufbaut. Und da wurde gesagt, wir sind eigentlich nur konkurrenzfähig als EU, wenn wir da wirklich unsere Rüstungsbemühungen zusammenlaufen lassen. Was wir im Moment haben, sind parallele Drohnenprogramme, also solche Technologieerkundungen wie mit den Dingern da oben, sowohl von Frankreich wie auch Großbritannien und bestimmten Konsortien parallel. Und das ist eben der Versuch, sich auf ein europäisches Drohnensystem zu einigen. Genau. Das Entscheidende ist für mich natürlich irgendwie saubere Kriegsführung, die sich der Opfer dem entgegenzustellen. Vielleicht schon einige bekannt, ich möchte aber trotzdem ein kurzes Video schildern, was die Auswirkung dieser Kriegsführung in Pakistan, eben einem der Hotspots des Kriegs gegen den Terror, eben in dieser Vaterzone zeigt. Das Video ist auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung schlecht ist. Das ist sozusagen jetzt entgegen der Sprachrichtung hier. Ich hoffe, das geht irgendwie klar, sonst mache ich nochmal hinten dran eine kurze Zusammenfassung, falls das gewünscht wird. Genau, ich zeige das aber erst mal. Most of the media coverage und die US-Groberlinie in den USA ist, dass Drone Strikes sind sehr präzise, und sie targett mit Surgical-Precision, insbesondere militanten und Terroristen. Wir haben das Drogen gemacht, dass Drone nicht nur Terroristen, sondern viele andere, viele andere, viele andere, viele Frauen und Kinder. Wir haben in Pakistan geholfen, zwei gemeinsame Investitionen zu sprechen, mit den Menschen, die sie selbst hatten, von Drone Strikes zu haben. Der Ergebnis unserer Forschung ist ein Report, entitled, »Living Under Drones«. Wir waren besonders über Drones, weil unsere eigene Regierung ist involviert, in die Drones zu benutzen. Wir glauben, dass es nicht so gut ist, um die Drones zu benutzen, und die Basis für die Drones zu entscheiden, wo er getötet, wo er und wann wurde. Wir haben zu erhalten, die Menschen in die Fattah Region, die Federally-Administered Tribal Area in Pakistan zu haben. Das ist eine Art, die sich geholfen, und in die sich niemanden kann innen. Wir waren able, zu sprechen, die Leute aus dem Bereich, die anderen Teilen kamen aus, und zu interviewen mit uns. Der Regime ist der Regime. Was ist eine große Sache, die wir hier verletzen? Mit dieser Sache ist es, dass wir die Grön-Maschereien-Beraberungen nicht verletzen werden. Die Grön-Maschereien-Beraberung haben die Grön-Maschereien-Beraberung. Die Grön-Maschereien-Beraberung waren, die sich in der Grön-Maschereien und die Grön-Maschereien-Beraberung, die in den Grön-Maschereien-Beraberungen waren. Wir leben in ein anderes, die Dronen entdeckten 20 bis später eine Woche lang at her zweites, und sie wissen nicht, wann die Dronen werden. Sie wissen, wer die Dronen will. Wenn wir die Dronen nicht haben, derberger Dronen die Luft flog, schon ist es ein paar waves. The result is symptoms of psychological disorder, of trauma, of severe anxiety, and of dysfunctionality. We heard stories of people who won't leave their houses. When we interviewed psychiatrists and psychologists who had treated people with these symptoms, they said that a number of people displayed very serious symptoms of post-traumatic stress disorder or PTSD. We may not have declared war on Pakistan, but for the people living in northwest Pakistan under drones, they're in a war zone. One of the things we found and documented were incidents of double-tapping. There'll be an initial strike on a target and then very shortly after, a secondary strike. What has happened in the period between the first and the second strike is that neighbors or people nearby or family members, or in some cases doctors, have come to assist those who may have been injured and still survived. And when they're doing that, a second drone has hit. The people with whom we spoke, in the communities affected, almost without exception, told us, when there's a drone strike, we won't go near afterwards. And we even heard this from some medical professionals. It has made people extremely angry at the United States. The New York Times recently classified drones in a piece as the new Guantanamo, the new recruiting tool for Al-Qaeda. One of the things we heard from several people is that they didn't know what America was before drones. And now what they know of America is drones, death, and terror. One person we interviewed asked me, do American people know what these drone strikes are doing? Do American people know the strikes are killing civilians here? And people said to us, we want you to go back, now that you've spoken to us, and tell the American public the impact that drone policies are having. Through our report, we would like the American people to understand that the narrative that they have heard about drones is not accurate. That drones cause death to civilians, they terrorize entire populations, and they may well be counterproductive at many levels. We need to rethink our policies in light of the disastrous impact the drone strikes are having on the people who live under them. I think the film has earned applause. That is a study that lies in the beginning, that was mentioned. There are people who went and went and saw the people from the Father-Zone, who have taken a vote in the world, which is related to the people in the world, and they had to do it on the wall. And that made it possible, that they will get a vote, that the the Opfer get a vote. So I will show you that again, although it is now from the last year and maybe not yet new. There was a question in the field of the Bureau for investigative journalism. In London, so far I know, I think that we have seen journalists, the people who have contacted them with local journalists, and to that document them. Es gibt auch ein Instagram-Projekt, die dann eben von den Orten Google-Bilder zeigen, Google-Maps-Bilder, wo diese Drohnenschläge gewesen sind, um ihnen überhaupt ein Gesicht zu geben. Dass das überhaupt so stark in der Debatte ist, das ist ja wirklich neu. Also vor 2010 ist da überhaupt nicht drüber geredet worden. Wie gesagt, warum gibt es das? Der Krieg gegen den Terror, darauf wollte ich jetzt gleich kommen. Eine Unterscheidung noch vorweg, die eben auch gleich eine Rolle spielt. Es gibt zwei Arten, wenn man das einteilen will, ganz grob von diesen Drohnenschlägen. Das eine sind die Signature-Strikes, das andere sind eben Personality-Strikes, werden die manchmal genannt. Das ist das Targeted Killings. Um es mal klar zu machen, es geht hier um Terrorverdächtige. Anfangs hieß es, es sind High-Value-Targets, also hochwertige Ziele. Das sind dann eben bekannte Kader vom Al-Qaida gewesen, zum Beispiel die, die diese Flugzeuganschläge geplant haben, und die auch schon länger bekannt sind aus den 90ern oder die Versenkung oder nein, die Bombardierung dieses US-Zerstörers im Jemen, im Hafen von Aden, die USS Cole. Da standen eben Leute länger auf der Liste, die da verfolgt wurden und die sind natürlich auch Ziele gewesen, wo man sagt, die sind das Terrorverdächtige, werden da nicht anders habhaft, wir schicken da eine Drohne oder eben andere Mittel von Sondereinsatzkommandos. Das sind dann eben Hinrichtungen, die außerhalb von sowohl Kriegshandlungen wie auch außerhalb von zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Verfolgung, nicht zivilrechtlicher, die außerhalb von normaler strafrechtlicher Verfolgung stattfinden, die finden also jeglich außerhalb bekannter legaler Strukturen statt. Das ist ein Problem. Das große Argument, warum das pragmatisch so beliebt ist, ist eben wirklich, man braucht kein Sondereinsatzkommando, keine Soldaten oder Polizisten zu schicken, wo man vielleicht auch gar nicht hinkommt. Und man hat einen sozusagen Arm, der eben um die ganze Welt reicht, um die Terrorverdächtigen zu bestrafen. Es sind eben Verdächtige und bei den Signature-Strikes ist das Verdachtsmaß so weit sozusagen fortgeschritten, dass das im Prinzip Schläge oder Militärschläge gegen Leute sind, die gar nicht mehr persönlich bekannt sind. Das ist das, was zum Beispiel unter anderem in dieser Vaterzone in Vaziristan, in Pakistan stattfindet, dass sie eben über sowohl Aufklärung per Satellit, aber eben tatsächlich mit den Drohnen, die da rumfliegen, Bewegungen von meinetwegen PKW-Kolonnen sehen. Signature-Strikes heißt Signaturen, also Muster, die werden gesehen, eben zum Beispiel Autokonvois, da sitzen dann junge Männer zwischen 20 und 40 drin, im kampffähigen Alter und dann werden diese Schläge durchgeführt. Also, um es jetzt klarzumachen, das sind eben Leute, von denen man gar nichts weiß, auf die dann zum Teil geschossen wird. Oder eben Stammesversammlungen in Datakil ist ein größerer Fall gewesen, wo dann die Stammesältesten sich versammelt haben in so einer Stadt und da dann tatsächlich ein großer Teil von der lokalen Führung hingerichtet wurde, weil man vermutet hat, dass es ein Treffen ist von Al-Qaida-Operatives. Genau, das ist halt eben der Link, das sind der globale Krieg gegen den Terror. Ich habe mich früher gegen diese Bezeichnung gesträubt, weil das erstmal problematisch ist mit dieser Kriegsorientierung. Tatsächlich ist eben meine Position, dass man genau diese Begrifflichkeit der US-Regierung aufgreifen sollte, um darüber reden zu können, dass eben eine weltweite Kriegsführung stattfindet, wo Menschen hingerichtet werden, weil sie des Terrors verdächtig sind. Wohlgemerkt verdächtig, es werden ja keine Gerichtsverfahren oder Verhaftungen durchgeführt. 9-11, also 2001, brauche ich nicht viel darüber zu erzählen, das ist eben im Prinzip nur der Anlass für bestimmte Vorgänge in der USA. Ich will das kurz abreißen, damit man den sicherheitspolitischen Hintergrund versteht. Warum gibt es diese Drohnenschläge? Weil es gab auch immer politischen Mord, Hinrichtungen von Oppositionen, Feinden, sowohl durch die USA wie auch durch andere Großmächte oder auch kleinere Mächte. Das machen Staaten. Aber der globale Krieg gegen den Terror hat eine neue Phase hervorgerufen. Das sind ja auch Auseinandersetzungen innerhalb der USA, wenn in den 90ern eine gewisse Zurückhaltung passierte. Das wird auch aus Sicht der Militärs, es gibt auch eben Leaks, die vielleicht nicht so spektakulär sind wie Snowden, aber die eben meinetwegen in Zeitungen wie The Nation und so weiter vorgekommen sind, wo Leute aus dem Militärapparat das auch gesagt hatten. Uns waren die Handschellen sozusagen angelegt und dagegen gab es sozusagen eine Bewegung von Neocons oder auch Theocons genannt, weil sie eben der evangelikalen Rechten nahe stehen, die in den USA dann dieses Project for the New American Century und ähnliche Thinktanks hatten und Namen wie Wolfowitz, Cheney und so weiter damit verbunden sind. Das ist ein Flügel der Bush-Administration gewesen zu dem Zeitpunkt, als diese Anschläge passierten und die haben ihre Agenda dann sozusagen vor diesem Hintergrund durchsetzen können. Warum ich das erzähle, ist, drei, also wenige Tage nach 9-11 ist dann eben eine Kriegserklärung verabschiedet worden, die hieß Authorization for the Use of Military Force. Am 14.09. Tag vorher gab es einen Sicherheitsratsbeschluss. Diese Kriegserklärung ist heute noch gültig. Da steht im Prinzip drin, also man kann sich den Text angucken, dass die USA sich im Krieg befindet mit den Leuten, die diese Anschläge gemacht haben. Und das ist die legale oder juristische Grundlage für alle Sondereinsatzkommandoaktionen, nicht nur die Drohnenschläge, sondern für eine ganze Reihe von Maßnahmen, unter anderem auch die globalen Überwachungsprogramme von NSA und Co. Das ist der rechtliche Rahmen, der seitdem immer noch passiert. Also für die Überwachungsprogramme wurden dann eben im Laufe der letzten Jahre auch noch andere gesetzliche Regelungen geführt. Ab 2007, 2008 wurde das Überwachungsgesetz, dieses FISA, also Foreign Intelligence Surveillance Act, geändert und erweitert. Aber sozusagen in der Anfangsphase des globalen Kriegs gegen Terrors wurde alles mit dieser Kriegserklärung und dann darauf aufsetzenden Presidential Finders, Executive Actions und so weiter geregelt. Unter anderem eben auch eine Kriegsführung, die ich sagen würde, das ist klassisch schmutziger Krieg, Black Ops, also verdeckte Operationen, um dieser Terroristen habhaft zu werden. Da gibt es eben auch relativ viel Leaks und Aufklärung mittlerweile dazu. Und das kann man nachlesen. Also ich persönlich empfehle da Jeremy Scarhill und ähnliche Journalisten aus den USA oder Glenn Greenwald ist hier auch bekannt, der hat da auch viel drüber geschrieben. Was eben passiert ist, dass die Neocons ihre Agenda durchgesetzt haben und das war eben neben dem Nation Building, warum es eben das Ziel gab, in Irak reinzugehen. Man wollte einen Staat im Nahen Osten haben, der demokratisch orientiert ist, der Verbündeter ist und der sozusagen auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion hat, war eben eine neue Errichtung von amerikanischer militärischer Stärke. Also Preemptive Military Action hieß dann eben auch wirklich, das gesagt wurde und wenn da eine Bedrohung ist, dann schlagen wir zuerst los und auch nicht wie das Völkerrecht das vorsieht, dass man da sozusagen Sicherheitsratsbeschluss braucht, entweder die Weltgemeinschaft handelt oder man wird angegriffen. Da gab es eben eine ganze Agenda und vor diesem Hintergrund findet eben die Afghanistan-Intervention statt. Ich mache die im Reihenfolge mal anders und da die Jagd auf die Taliban begonnen. Die eigentliche von den Neocons ist aber die eigentliche Agenda eben in den Irak reinzugehen und das wird eben 2003 gemacht und der Afghanistan-Krieg wird im Prinzip dem zurückgestellt. Also Afghanistan-Krieg in dem Sinne von Jagd auf Al-Qaida und die Leute, die 9-11 gemacht haben. Und das ist der Grund, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, warum es genau mehrere Drohnenprogramme gibt. Es gibt das CIA, das ist bekannt, da wird auch öfter drüber geredet und es gibt eben das Joint Special Operations Command. Das ist eine zentrale Kommandostruktur, wo alle diese Sondereinsatzkommandos, die die USA gebildet haben seit den 70er Jahren, zusammengefasst wurden Anfang der 80er Jahre, weil die zum Teil desaströs gearbeitet haben. Die Geiselbefreiung in Teheran, die fehlgeschlagen ist, ist eben das spektakulärste gewesen. Und dieses Joint Special Operations Command ist zum zentralen Instrument der Kriegsführung in diesem Krieg gegen den Terror gemacht worden, zu Zeiten der Bush-Regierung. Und die haben eben eine sehr große Anzahl von so Spezialkommando-Aktionen, also das, was früher die Verschwörungstheorien waren oder in Actionfilmen auftauchte, was dann irgendwann bekannt war. Es gab diese Delta Force oder diese C-Team-6, letztere sind die, die Obama auch hingerichtet haben. Osama Bin Laden. Das würden die nicht tun, glaube ich. Aber wir haben da eben eine Entwicklung von diesem Joint Special Operation Command zum ganz zentralen Akteur, der eben auf allen Kriegsgebieten, wo der Krieg gegen den Terror aktiv geführt wurde, eingesetzt wurde. Und als der Irak-Krieg dann sozusagen runtergefahren wurde, durch den Präsidentenwechsel zu Obama hin, und das hat Obama damals auch wirklich als Programm ausgegeben, wir beenden den Krieg in Irak, der war ein Fehler, der hat nicht der Jagd nach Terroristen gedient, das war ein Abenteuer von seinem Vorgänger, und hat eben die Entscheidung immer auch vor, also der hat im Prinzip im Wahlkampf gesagt, wir gehen nach Afghanistan rein und machen den Job zu Ende. Und das haben sie versucht. Und auch genau da wie im Irak ist es da eben zum ganz heftigen Einsatz von diesem Spezialkommandos gekommen. Und eben eins der beiden Drohnenprogramme untersteht eben diesem JSOC. Damit ist das eine Einordnung für mich zumindest klar. Wir haben die Drohnenkriege oder diese Drohnenschläge nicht als eine für sich isolierte Sache zu sehen, die wegen der Technik kommt, sondern weil es eine Kriegsführung gibt und weltweit eben Terrorverdächtige von diesem Sondereinsatzkommandos gejagt werden. Bei der Erneuerung dieses Afghanistan-Kriegs ist es auch zu schrecklichen Vorkommnissen gekommen. Es gab sozusagen landesweit in der Hochzeit täglich also mehrere nächtliche Einsätze, wo sie hingegangen sind. Sie hatten irgendeine Information, in diesem Haus sind irgendwelche Taliban oder Al-Qaida-Leute, sind reingegangen, haben zum Teil dann Unschuldige oder eben auch ihre eigenen Verbündeten erschossen, weil das wirklich solche Kommandos eben den Finger an dem Abdrücker haben und nicht viel fragen. Das sind eben so die genannten Kill- und Capture-Operationen. Und da, wo eben diese Spitalkommandos nicht mehr mitgekommen sind oder eben als Ergänzung dazu, ist der Drohnenkrieg entstanden. Als der Irakrieg geführt wurde, hat eben die CIA das Drohnenprogramm in Pakistan begonnen und intensiviert. Und so kann man dann den ganzen endlosen Krieg gegen den Terror übersehen, wie das sozusagen ein Zusammenspiel ist und eine Frage von, wo sind jeweils Hotspots und wo wird welcher Teil dieses Militärapparats, den man erneuert oder umgebaut geschaffen hat, eingesetzt. Obama steht eben auch dafür, dass er das unglaublich im Maße intensiviert hat, die Benutzung dieses Drohnenprogramms, weil genau da eben die Erfahrung drinsteckt, dass man mit den Truppen am Boden im Irak nichts erreicht hat und in weniger als einem Jahr eine Aufstandssituation hatte, die hoffnungslos war für die Besatzungsmacht. Deswegen gibt es eben genau diese ganze verstärkte Drohnenschlagsgeschichte und man weiß es vom ersten Jahr der Obama-Administration, dass sie da ein Vielfaches an Drohnenschlägen gegenüber der Bush-Administration schon hatten. Genau, ich hoffe, dass der Ausflug zum Krieg gegen den Terror reicht soweit, um sich das klar zu machen. Dieses Joint Special Operations Command ist ein bisschen mehr in den letzten Jahren eben auch durch bestimmte Leaks in Blick bekommen, zumindest in der US-Debatte. Und jetzt aktuell wird die Debatte geführt, also letztes Jahr hieß es, wir wollen diese beiden Drohnenprogramme und diese ganzen Sachen stärker zusammenfassen. Das soll zum Militär gehen, aber da gibt es wohl juristische Schwierigkeiten, also dieser Übergang, der stockt noch. Was aber bekannt ist, das kennt ihr vielleicht aus den Medien als Terror Tuesday, dass Obama dann eben im Wechsel zu Bush die Verantwortung für diese Schläge persönlich übernommen hat, zumindest für diese Personalities, Strikes. Es gibt diese Runden im Weißen Haus, wo diese Terrorprofile vorgelegt werden und die Entscheidungen tatsächlich eben von so einer kleinen Runde gefällt werden unter Beteiligung des Präsidenten. Das ist wohl der Wunsch eben genau von diesem Verfassungsjuristen Obama, das irgendwie zu ordnen, das ganze Verfahren und da auch persönlich Verantwortung zu übernehmen. Das macht das aber natürlich umso gruseliger. In diesen ganzen Debatten ist letztes Jahr im Oktober auch bekannt geworden, dass sie da nochmal sozusagen informationstechnisch auf der Seite wohl irgendwelche Datenbanken haben, wo sie die ganzen Kill-or-Capture-Lists, die durch den Drohnenkrieg ja eine wirkliche Kill-List geworden sind, zusammengeführt haben in etwas, was Disposition-Matrix heißt. Also Disposition ist etwas Loswerden wie Müll und da haben wir eine Zusammenführung der ganzen Geheimdienstinformationen, weil das ist der Punkt, den ich relativ wichtig finde, sich klarzumachen. Der Zusammenhang von diesem Terrorkrieg, den Drohnentötungen oder auch eben anderen Spezialkommando-Aktionen, der ist unmittelbar eigentlich augenfällig, also zum Beispiel Konstanze Kurz weist da auch schon länger drauf hin und wir hatten im Oktober in der Washington Post eine Enthüllung von den Snowden Leaks, wo genau das auch nachgewiesen ist. Die Daten des globalen Überwachungsprogrammes sind die informationsmäßige Grundlage für den Drohnenkrieg und diese außergerichtlichen Tötungen. Das muss man sich klar machen, hier geht es nicht nur um Privatsphäre und solche Dinge und eine Frage, was ist Überwachung, wo sind da die Grenzen, zu welchem Zweck und was über allen drüber steht, ist eben 9-11 und der Krieg gegen den Terror. So, in der Debatte über den Drohnenkrieg sind das hier so die typischen Schlagworte, also außergerichtliche Tötungen oder rechtfertigbare Ermordungen. Das sind genau die Probleme, wo man sagt, warum kann man sowas überhaupt machen. Wenn man das pragmatisch diskutiert und sagt, mir sind die juristischen Termine egal, gibt es natürlich Leute, die sagen, bevor die Terroristen irgendwie jemanden umbringen, dann lass uns die umbringen und wenn das keine Soldatenleben kostet, dann ist uns das recht. Das ist aber natürlich völlig ungenügsam für jede Form von internationalen oder staatlichem Handeln, wo es einfach eine Demokratie oder auch andere Staaten davon leben, dass es eine Abrechenbarkeit gibt. Wo man sagt, das ist nicht nur einfach Willkür, sondern man muss auch sagen können, wen kann ein demokratischer Staat töten und wen nicht und aus welchem Grund. Signature Strikes, Disposition Matrix. Kurz den Ausblick, ich habe das vorhin in Kurzform schon gemacht, künftige Drohnen, hier sehen wir den X-47B von der Navy. Hier haben wir eine deutsche Entwicklung von EADS, Talarion war zwischendurch eingestellt, wurde als mögliches Nachfolgemodell für Global Hawk wieder diskutiert und hier könnten wir jetzt sehen, den X-47B, wie er startet vom Flugzeugträger, offizielles Navy-Video. Wir überspringen das mal, damit ein bisschen mehr Platz für die Fragen bleibt, aber ihm wurde gesagt, wir sind nach hinten raus nicht so scharf begrenzt. Aber vielleicht reicht es auch, das so zu sehen. Ich scrolle mal so durch. Wir haben in Großbritannien ein Projekt, das heißt Terranes, das ist ähnlich. Der Hersteller macht dann ein System, also das sind BAA Systems, das ist der größte Rüstungshersteller in Europa überhaupt. Man sieht, die legen Wert darauf, dass es grauenhaft aussieht und futuristisch. Das französische Projekt Neuron sieht ziemlich ähnlich aus. Wenn man diese ganzen Sachen sieht, dann fühlt man sich schon genau an das hier erinnert. Terminator, Vice of the Machines. Aber ich mache jetzt mal nicht den Kino-Vorführer, sondern gehe lieber zu den Fragen rüber. Also vielleicht nur, um diesen Ausblick noch mal kurz aufzunehmen. Diese ganzen Waffen, also viele Leute sehen darin eine Erfüllung von dem, was sozusagen die Science-Fiction an Gruselszenarien hatte. Ich finde es erst mal wichtig, sich das klar zu machen, das ist nicht alles nur schöne Spielzeuge, sondern Roboter, die bewaffnet sind, sind ein Problem. Können wir gleich in der Debatte gerne noch mal darauf eingehen. Vielleicht erst mal Fragen und Kommentare. Aber ich, das ist sein Job. Erstmal danke. Danke. Und noch ein Hinweis an den Stream, den ich vorhin vergessen habe. Natürlich haben wir einen Signal Angel. Ihr könnt auch da Fragen stellen im Internet. Aber zunächst einmal hier vorne im Saal. Du darfst eine Frage stellen. Okay, also vielen Dank für deinen Vortrag auf jeden Fall. Ich habe eine Frage, die hat eher so ein bisschen eine technische, aber auch eine politische Dimension. Und ich fasse den erst mal kurz zusammen. Was genau an den Drohnen ist jetzt eigentlich die neue Qualität in der Kriegsführung oder in den Aktionen, die wir da beobachten können? Aber ich versuche das noch mal kurz zu erläutern, damit klar ist, worauf ich hinaus will. Das klassische Kriterium von der Drohne ist ja im Prinzip, dass sie unbemannte Flugkörper ist und sie quasi halbwegs autonom auch agieren kann und so weiter. Das sind jetzt aber quasi fürs Militär keine richtigen neuen Sachen. Also autonom fliegende Flugkörper und so weiter gibt es irgendwie mit Raketen schon länger, auch quasi als bewaffnete Raketen. Also im Prinzip sind quasi mit Sprengstoffbeladenen Raketen aus dem Krieg gar nicht mehr wegzudenken. Genau, auch diese Grundkritik, dass quasi das Töten so distanziert stattfindet, ist quasi auch nichts Neues. Das gibt es auch schon seit der Artillerie, wo quasi noch eine viel größere Entfernung zumindest so optisch besteht. Und auch quasi die Tötung, also diese Killerkommandos, also die Tötung von bestimmten Personen ist jetzt auch, haben Sie ja selber auch gesagt, nichts unbedingt Neues. Und um vielleicht das noch mal zusammenzufassen, wäre es nicht eigentlich quasi genauso möglich, vielleicht ein bisschen teurer, vielleicht ein bisschen umständlicher, mit Überwachungssatelliten und Marschflugkörpern das, was die Drohnen heute machen, genauso zu tun. Und geht die Kritik an den Drohnen, die es ja gibt, es gibt ja so Kampagnen, keine militärischen Drohnen, keinen bewaffneten Drohnen, geht die nicht am Kern des Problems total vorbei? Und ist das Problem nicht eher die quasi gerichtslose Tötung von nicht kompatenten, als Gegner eingestuften Personen? Danke für die Frage. Darf ich direkt? Ja, genau. Also das habe ich auch versucht deutlich zu machen, dass genau der Krieg gegen den Terror mit den gezielten Tötungen, egal von Drohnen oder Killerkommandos, das ist ein Problem für sich. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Krieg gegen den Terror, der eben so eine Begriffshülse ist und sozusagen auch jenseits dessen stattfindet, aber dass man da politisch erst mal gegen vorgehen muss, was man sagt, diese Eskalation muss aufhören, diese Kriegserklärung muss zurückgenommen werden. Das Neue an der Drohnenkriegsführung oder warum ich das als Phänomen beschreibe, ist dieser massive Einsatz, also das ist auch das Neue an diesem Krieg gegen den Terror, in welchem Ausmaß die Tötung von Verdächtigen, wohlgemerkt von Verdächtigen durchgeführt wird. Und wir haben hier erstmals eine Waffe, die eben durch die informationstechnischen oder allgemeintechnischen Fortschritte in der Form überhaupt möglich war. Weil man hat früher krude Drohnen gehabt, mit denen hätte man sowas nicht machen können oder auch nicht einen massenhaften Einsatz von so einer Technik gehabt. Wir haben da einen Trend, wo wir gesehen haben, wie massiv das sozusagen die Kriegsführung geändert hat. Wir sehen, dass in den USA der Großteil der Piloten jetzt zukünftig für diese Drohnenflüge ausgebildet wird und nicht mehr für Kampfjets. Und das ist letztendlich eine Verbilligung und Intensivierung von Kriegsführung. Und ich finde, das ist eben für sich genommen als Kriegsführung ein eigenes Phänomen, wo man wirklich sagen kann, das haben wir so vorher nicht gehabt. Die Ermordung von politisch-problematischen Leuten hat nie in so einer Intensität und Dichte stattgefunden. Und das ist ja der Skandal, der wirklich rausgekommen ist, dass diesen Teil sozusagen dieser Aufstandsbekämpfung in Irak und Afghanistan wirklich in der Ermordung oder auch Verschleppung politischer Gegner oder der Gegnerschaftverdächtigter stattgefunden hat. Gut, dann nehmen wir eine Frage aus dem Internet. Ja, und zwar gibt es die Frage, ob du noch etwas anderes, nein, ob du noch etwas zu anderen Systemen sagen kannst, weil du gerade ganz viel über luftgestützige Systeme gesagt hast, aber über Land- und Wassersysteme nicht so viel, die ja auch sehr autonom sind schon. Gerne. Also man kann das selbst nachvollziehen, wenn man zum Beispiel bei der DARPA, die militärische Forschungsbehörde der USA, nachguckt. Die gehen ganz stark in den Unterwasserbereich gerade rein, also sowohl Nanotechnologie mit Unterwassersachen kombiniert, was sich Depots von Waffen, die ein Schiff fährt drüber, sendet ein Signal, dann werden die aktiviert und greifen die verfolgenden Schiffe an. Da wird ganz viel auch dann eben mit autonomen oder zukünftig autonomen Unterwasserkörpern, die da lange rumfliegen. Es gibt ein autonomes Raumschiff, was schon über ein Jahr lang getestet wurde, also im Orbit über ein Jahr lang geblieben ist. Und was wir haben, die Bodenroboter, Boston Dynamics, ist von Google gerade gekauft worden. Die haben mehrere Roboter hergestellt, speziell fürs Militär, also Prototypen. Da kann man in den Videos sehen, die auch frei zirkulieren. Die können laufen wie Lebewesen. Die können getreten werden, stolpern, ausrutschen auf Eis. Irgendwie die richten sich mal wieder auf. Und das sind Systeme, die dann meinetwegen die Lasten tragen. Und es gibt eben Systeme, die sind im Irak auch schon zum Einsatz gekommen. Das sind so kleine Roboter auf Ketten, die fahren um die Ecke und gucken, ob da feindliches Feuer ist und ziehen das auf sich oder können auch schießen. Wobei, das sind erst noch Prototypen. Wirklich im Einsatz ist in der innerkoreanischen Grenze so ein Schießroboter, der offenbar eben auch selbstständig Leute erfasst und schießt, wenn sie eben in diese Todeszone zwischen den beiden Staaten reingehen. Also das ist sozusagen ein paralleler Trend. Ich habe mich jetzt hier um die Drohnen am Himmel irgendwie gekümmert, weil da eben auch genau dieses Eskalationspotenzial am deutlichsten sichtbar wird, wenn ich Roboter oder teilweise autonom denke, Maschinen ausrüste mit Waffen. Das ist genau der Punkt. Das wurde eben die Kampagne auch erwähnt von der Frage vorher. Zum Beispiel die internationale Kampagne Ban Killer Robots. Die finde ich ausdrücklich richtig. Das würde ich irgendwie unterstützen, dass man sagt, wir müssen es verhindern, dass die zukünftigen autonomen Systeme oder teilautonomen Systeme Waffen bekommen. Also Roboter gibt es halt. Es gibt auch Drohnen. Darüber brauchen wir nicht mehr lange politische Debatten zu führen. Aber die Idee, dass sozusagen teilintelligente Systeme schießen können und dann immer mehr dieser Tötungsentscheidung auch an sich ziehen, unglaubliches Eskalationspotenzial. Danke. Jetzt mal das Mikro dort drüben, bitte. Ja, genau. Wer genau genehmigt die Schläge? Ist das der Präsident selber oder wer ist das genau? An diesen Terror-Tuesday-Runden, das ist der Präsident selber. Also das ist offenbar auch gewollt. Wobei bei den Signature-Strikes sind das offenbar Leute in diesen Kommandozentren. Weil da sind ja keine Profile, die dann in diesen Runden diskutiert werden, wen jagen wir jetzt, sondern da wird einfach nur nach Bewegungsmustern geguckt, da bewegen sich Leute, Autokonvoi Richtung pakistanische Grenze schießen, fertig. Das andere Mikro. Also ich glaube auch, der asymmetrische Krieg ist ein Problem und dadurch, dass das Risiko immer geringer wird, dass eingegangen wird bei so einem Schlag, verändert sich natürlich auch viel bei der Entscheidungsfindung und es fällt viel leichter, dann solche Einsätze zu machen, wenn ich eben keine Boots on the ground mehr habe. Was mir aber irgendwie fehlt in der Diskussion, ist immer das Thema Befehl und Gehorsam. Wenn ich den Bediener für die Drohne in Niverda sitzen habe, dann kann zu dem Zeitpunkt, wo der auf den Knopf drückt, immer noch mal ein General hinter ihm stehen und den direkten Befehl geben. Bei der traditionellen Kriegsführung, da muss man verdammt viel auf die Leute vor Ort setzen. Die haben da eine hohe Entscheidungsfähigkeit und werden ja auch so ausgebildet, zumindest das, was ich so gehört habe. Jetzt auf einmal habe ich jemanden, der nur noch Befehle ausführt und der auch quasi, wo nicht mehr darüber gestritten werden kann, wie die Situation vor Ort war, sondern ich habe einfach jemanden, der im Zweifelsfall mit vielen Sternen auf der Schulter hinter ihm steht und dem Befehl gibt. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem und das ist auch ein Grund, warum das so intensiviert wird, weil damit natürlich vieles viel einfacher wird. Okay. Also soll ich dazu was sagen? Das war jetzt keine Frage, oder? Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, warum das so wenig diskutiert wird bisher. Ich habe es noch nicht so gehört. Ja, weil das ist letztendlich auch so eine Frage, wie Militär funktioniert. Also in den USA gibt es zum Beispiel im Militär selbst viele Diskussionen darüber, weil dieses Männerbild, sage ich mal, auch wenn es mittlerweile Frauen gibt, du hast da heroische Leute, die steigen auf, die sind in Feinkontakt und so, das funktioniert auch alles damit nicht mehr. Deswegen, das wird nicht weggehen, dass du auch andere Situationen hast. Ich glaube, nur mit verstärkten Einsatz von solchen Technologien wirst du auch Situationen haben, wo einfach niemand mehr da steht. Weil diese Drohnencontainer, diese Steuerungsmodule, wo die Leute sitzen, da steht nicht immer jemand dahinter. Die sind halt zu zweit, die bewachen sich faktisch auch gegenseitig und da sind natürlich, wenn eine Überwachungssituation ist und da sieht man irgendwas, da steht nicht jemand immer und sagt, schieß, sondern die haben so einen Einsatzplan und die machen das dann irgendwann. Also ich glaube, das ist noch nicht ganz so klar in die Richtung entwickelt, aber ich finde den Gedanken richtig, den du prinzipiell sagst. Also ich glaube, damit wird ein Stück weit so eine moralbasierte Entscheidung, auch mal einen Befehl zu verweigern, rausgenommen aus dem Spielen. Aber dass die Leute im Feld sind und massenhaft Tötungseinsätze verweigern, das ist mir jetzt auch nicht so bekannt. Also meistens verweigern die sich, wenn die ankommen, also vor dem Flughafen oder nachher, aber man kriegt das auch nicht mit. Also ich bin mir nicht sicher, ob du das nicht zu optimistisch hießt, dass die Leute das Schießen sein lassen, wenn sie erst mal in Schutzgraben sind, wo keiner mehr zuguckt. Gut, die nächste Frage aus dem Internet, bitte. Ja, die ist auch aus dem IRC. Und zwar, was für Betriebssysteme laufen denn auf Drohnen und ist das freie Software? Muss ich passen. Ich glaube, Frage an den Saal, weiß das jemand? Das weiß anscheinend niemand so wirklich, aber vorhin gab es einen Talk zumindest zu zivilen Drohnen und das meiste, was kommerziell angeboten wird, scheint nicht frei zu sein. Also es gibt Open Source Drohnenprojekte, aber die sind nicht sehr groß. Also nur kurz, ich meine, wir reden über Militär und das sind eben Hersteller, die ein Riesengeld mitmachen und die machen in der Regel kein einziges Stück frei. Also die benutzen vielleicht freie Software, aber das, was sie produzieren, ist in der Regel nicht Open Source, weil da eben das Dienstmodell nicht wirklich da zusammenpasst und natürlich das Bedürfnis nach Geheimhaltung etc. Gut, jetzt wieder eine Frage, ich habe vorne ein Mikro. Es ist natürlich schön für das US-Militär, dass es diese asymmetrische Kriegsführung gibt, nur gibt es da vielleicht auch mal Überlegungen des US-Militärs, dass das vielleicht auch gegen sie verwendet werden kann, nämlich so eine Drohne zu bauen, also jetzt zum Beispiel so ein Ultraleichtflieger oder so eine Drohne aus dem Baumarkt umzubauen und vielleicht auch mal gegen Zielpersonen der USA einzusetzen. Also ich meine, was hindert eigentlich jemanden daran, so eine 10 Kilometer Entfernung von dem Weißen Haus so eine Drohne zu starten und dann, die auch relativ schlecht detektierbar ist, dann auch vielleicht zum Beispiel gegen den Präsidenten einzusetzen. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Waffe, die sehr schlecht auch zum Beispiel identifizierbar ist, das heißt, man weiß nicht, wer dieses Ding geschickt hat, wenn es zum Beispiel auch selbst gebaut ist und gibt es da eigentlich irgendwelche Ideen des Militärs, dass sie sagen, das kann auch gegen uns verwendet werden oder das kann auch andere Staaten gegen uns einsetzen? Klar, das ist genau ein Teil dieser Eskalationsspirale, das ist dem bewusst, das findet ja statt, das ist Proliferation, also Iran hat zum Beispiel eben auch Drohnen abgefangen, gekapert und baut jetzt oder hat ein eigenes System gebaut, das ist noch kruder, aber das fliegt und man kann diese Technologie nachbauen, wenn man ein bisschen Geld hat, das ist nicht so teuer, das ist billiger als Kampfjets. Das ist dem bewusst und deswegen wollen die die nächste Stufe haben, die die Dinger irgendwie auch wieder vom Himmel holt. das ist Wettrüsten und das hat begonnen, das ist meine These. Ich sehe gerade, dass im Internet keine Frage mehr offen ist, dann die nächste hier vorne am Mikro, bitte. Ja, ich habe eigentlich drei Fragen, wenn es erlaubt ist. Also einmal, wir haben ja in dem Film gehört von dem First- und Sektan-Strike, wenn der Doktor kam, helfen, jetzt habe ich Deutschen Engel, also den ersten und zweiten Angriff, wenn beim zweiten Angriff die Doktor oder Sanitäter helfen, dass da nochmal geschossen wird, da würde mich interessieren, ob es so eine offizielle Begründung gibt, weil das kann man ja nicht mehr mit Terror begründen, sage ich mal. Dann würde mich interessieren, warum die Region Wasiristan abgeschirmt ist und ob sich die pakistanische Regierung nicht dagegen wehren kann, dass da auf ihrem Gebiet eine fremde Macht einfach so rumballert und ihre Bevölkerung abschießt. Danke. Dieses Double-Tapping, wie die das genannt haben, das kommt aus der Guerilla-Kriegsführung, also die Guerillas lauern militärischen Konvoi meinetwegen auf, es wird einmal geschossen, die Leute kommen raus, egal wer, und gucken, was los ist und dann kannst du sozusagen die Leute nochmal leichter abschießen. Das ist sozusagen hinterhältige Kriegsführung, das kommt schon aus der asymmetrischen Kriegsführung und wird jetzt vom Militär selbst eingesetzt. Das ist nicht interpretierbar, das wird natürlich nicht kommentiert. Also die tun auch die meisten Drohnenschläge nicht kommentieren. Das ist eher die Ausnahme. Und Pakistan ist ein kompliziertes Thema insofern, dass die eben enger verbündete USA in diesem Anti-Terror-Krieg sind und gleichzeitig auch gegen sie agieren. Und das ist eben fragil. In Jemen ist das eben auch immer sehr schwierig gewesen. Das sind alles sozusagen enger verbündete USA, die kriegen unglaubliche Mengen an finanziellen Hilfen und die haben sozusagen selbst einen Konflikt mit den Dschihadisten. So, auf der anderen Seite, also in Abbottabad war der Osama Bin Laden versteckt und vor Ort hat so einen Arzt, das ist in diesem Film Zero Dark Thirty auch von dem, was man weiß, so dokumentiert. Da gibt es einen Arzt, der ein Impfprogramm durchführt und der geht dann dahin, um zu versuchen, DNA zu bekommen und man weiß, ob da Osama Bin Laden drin ist oder nicht in diesem Anwesen, wo er versteckt war. Der ist sofort danach verhaftet und auf unglaublich lange Zeit verknastet worden. Also das ist irgendwie nicht eindeutig die Rolle von Pakistan und es gibt eben, naja, das ist da so gesagt worden, die Leute sind wirklich verärgert und verärgert im sehr umfassenden Sinne über diese Form von Kriegsführung, die auf eigenem Gebiet stattfindet. Diese Fata oder Fadel, also das ist eine föderale Zone sozusagen, die relativ weitgehend Autonomie hat, wo diese Stammesleute praktisch unter sich sind und es ist ein Rückzugsgebiet für die Taliban. So, deswegen sind natürlich nicht alle Taliban und man weiß das nicht. Und das ist, klar, also das ist so ein bisschen, die Leute sollen und wollen unter sich bleiben, es sind aber auch eben, da finden auch viele Militäroperationen des pakistanischen Militärs statt. Es gibt eben auch, also ganz viele islamistische, bewaffnete Gruppen innerhalb von Pakistan, also die haben auch einen permanenten Bürgerkrieg da. Das macht die Lage eben so kompliziert, also aus deren Sicht führen die einen Zwei-Fronten-Krieg und die Stimmung ist da auch schon mehrmals gekippt und jetzt gibt es eben zum Beispiel diesen Imran Khan, oder wie der heißt, der diese Proteste organisiert, wo die eben die NATO-Nachschubrouten nach Afghanistan heben, mit unglaublich riesigen Demonstrationen mit einer Weile blockieren, um eben deutlich zu machen, wir wollen diese Kriegsführung nicht. Danke. So, vielen Dank.